Oh, oh, der ist gewendet, der ist gewendet! Nein, jetzt kann ich hier nicht raus. Was? Was? Oh mein Gott, was? Ja, okay, klare Sache. Also, war schön, dich gekannt zu haben. Ich spiel jetzt auch nicht mehr mit dir. Tschüss. So, René kann, würde mich jetzt mal interessieren, was hier jetzt los war. Hey, Leute! Was geht? Kann ihr mit? Und Dania und... René, hallo! Und Claudio und... Ja, ihr fehlt noch gerade, Leute, aber wahrscheinlich kommt ihr jetzt sofort. Wir spielen heute wieder Among Us, aber mit einer speziellen Challenge. Und zwar ist es so, dass wir nur mit einer Person sprechen können. Das heißt, in jeder Runde gibt es immer nur eine Person, mit der wir reden dürfen. Chat und so darf ganz normal geschrieben werden. Aber wir haben jetzt zwei Chaträume, Sprach-Chaträume bei Discord erstellt. Und in der ersten Runde starte ich mal mit Dania. Also, redest mit mir. Na gut. Wir gehen gleich in Among Us 1 und Claudio und René gehen in Among Us 2. Okay. Sobald die Runde dann startet... Ja, ich gucke gerade nur, was mit den Leuten los ist. Vielleicht will heute einfach niemand mehr... Ja, es wird noch hochgeladen, einen Moment. Ach so, okay. Das sieht doch gut aus. Das heißt, wir starten doch mal. Und wir sehen uns gleich bei Among Us 1, Dania. Bis gleich. Bis gleich. So, Among Us 1. So, hier stellen wir uns aber noch mal leise. Jo. Oh, yes! Yes, yes, yes. Ich bin ein Pasta. Ein Pasta. Komm, bitte hier mal seine Tast machen, damit ich hier weggehen kann. Danke. Okay. So, also, was machen wir? Jetzt müsste Kahn fertig sein. Okay, okay. Wenn er das... Okay, wenn... Ich glaube jetzt tatsächlich, dass er es nicht ist, weil so würde er so gut faken. Ich glaube nicht. Weil das waren genau 10 Sekunden. Warum sind denn jetzt eigentlich alle dahin gerannt? Warum sind denn jetzt alle in die Richtung gerannt, wo ich gerade war? Was ist das denn für den Käse? Ja. Bisher läuft's. Bisher läuft's, Leute. Bisher läuft es doch gut. Willst du hier manchmal mal vorbeikommen? Ich bin nur so ungern alleine, wisst ihr? Bisher. Unten hängt Kahn rum. Tun wir mal sowas irgendwie hier. Okay, Claudio ist gerade von hier gekommen. Aber ich glaube nicht, dass er jemanden gekillt hat, weil... Sonst würde er wenden. Gehe ich mal stark von außen. Aber ich gucke mal lieber hier in der Richtung, weil wenn Coms sabotiert sind, dann wäre es klug, hier jemanden zu erwischen. Aber das ist nicht passiert. Ja, Nick, es ist gar nicht so einfach gerade hier. Na, Nintendo. Eigentlich müssten wir fast schon zusammen rumlaufen. Reaktor? Reaktor sind drei Leute. Da muss jetzt was passieren. Moment. Skiridin? Jaja, Mia ist gerade die ganze Zeit schauen gewesen. Ah, warum läuft hier mal zu zweit? Nick, wo bist du? Nick Tendo. Nick Tendo. Okay, dann ist es vielleicht das Einzige, was ich noch tun kann, ein schöner Stack-Kill. Stack-Double-Kill. Oh nein! Wieso? Wieso? Hallo, Nick, warum tötest du nicht? Naka? Willst du nicht reden? Hä, das haben doch alle gesehen! Ja, stimmt. Ich glaube, es ist Dania. Ah, okay. Wie haben die das? Aber es waren ja mehrere da. Okay, Claudio, ich muss ein bisschen ruhiger sein, weil Claudio ist nebenan. Also, es ist Dania, sie lief von der Leiche weg. Okay. Warum hast du das aber gemacht? Kann ich dich mal kurz fragen? Ja, weil ich dachte eigentlich, dass mein Kollege war auch dort und ich dachte, dass er mit mir zusammen ein Double-Kill macht. Wer ist denn dein Kollege? Braun ist mein Kollege. Ah, okay. Ach, wolltest du so Double machen? Ja. Ich würde hier Dania voten. Ja. Ja, dann probieren wir es mal. Ich war super lange mit Pink und Grün. Also, wir können auch ruhig jetzt jemanden mal einfach rausvoten, weil wir relativ weit mit unseren Tasks sind dafür, dass nur eine Person bisher erwischt wurde. Ja. Aber ihr habt euch Zeit gelassen, ne? Ja, aber das Problem war, dass Grün und Pink die ganze Zeit bei mir waren. Und die waren quasi immer zusammen unterwegs mit mir und das war problematisch. Ja gut, aber auf Braun ist noch niemand gekommen. Hä? Auf Braun ist noch niemand gekommen. Ne. So, ja, der voten muss, also es muss Dania sein. Sorry. Dania steht unmittelbar neben der Leiche. Luisa könnte es sogar nicht sein, weil ich kann mir auch vorstellen, dass Luisa einfach nur ihre Laubblätteraufgaben gemacht hat und dann einfach nur daneben stande. 3, 5, 6, 4, 5, 3, 5, 6, 4, oh. 5, 3, 5, 6, 4, sorry. 5, 3, 5, 6, 4, 5, 3, 5, 6, 4, 5, 3, 5, 6, 4, 5, 3, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 3, 5, 6, 4, 5, 3, 5, 6, 4, 5, 3, 5, 6, 4. Okay, B. Nicktendo. Oh, Nicktendo ist ein gefährlicher Spieler. Der stand auch daneben. Dann schauen wir hier einfach mal so ein bisschen, was hier so passiert. Hier ist Claudio und noch jemand anderes war da. Oh, der ist gewendet, der ist gewendet. Nein, jetzt kann ich hier nicht raus. Okay, das muss ich direkt reporten. Das muss ich direkt reporten, wenn das... Aber das Gute ist, der kommt jetzt nicht, um mich zu erwischen. So, jetzt wird direkt Emergency Call gemacht. Das konnte natürlich nicht an mir vorbeigehen. Ah! René, es ist Nicktendo. Ja, ich wollte es gerade sagen, der ist gewendet vor meinen Augen. Der ist das hundertprozentig. Ach, du hast den auch... Ah, du hast den in den Camps gesehen. Ja, und René hat auch... Hat ihn wenden gesehen. Ja, das war leider nicht so klug. Es ist so lustig, weil man weiß, dass die Person es ist und... Ja, es ist Nicktendo. Also, ich habe ihn gesehen. Also, hundertprozentig. Ich auch. Also, Johann und ich haben ihn gesehen tatsächlich. Also, das tut mir so leid. Also, wirklich, wir sind gerade in die Camps gegangen, dann haben wir ihn gesehen. Ja, wenn es Daniel und Nicktendo beispielsweise waren, dann sehen wir das ja jetzt. Ich glaube, Daniel hat einen Double-Kill probiert, aber war anscheinend... Das kann gut sein. Und tatsächlich! So, wir gehen rüber, René. Genau, wir gehen rüber. Ja! Nicht schlecht, Claudio. Hast du ihn on Camps gesehen, ne? Genau, hatte ich Glück gehabt. Ja, war blöd. War blöd. Ihr habt einen Double-Kill probiert, oder? Ich wollte einen Double-Kill machen, ja. Aber ich glaube, er hat halt die Task gemacht. Nee, gefaked meinst du. Er hat es halt gar nicht gesehen, dass ich einen Double-Kill machen wollte. Ah, okay. Ja, aber es ist nicht so schlimm. War doch trotzdem eine nette Runde so zum Start. Ja, auf jeden Fall. Okay. René, du darfst entscheiden, mit wem du als nächstes in Among Us 1 gehen möchtest. Dann gehe ich mal mit Daniel in Among Us 1. Alles klar. Claudio, dann gehen wir gleich in Among Us 2, ne? Yes! Aber ihr wirst trotzdem nur zwischen den Runden, ne? Ja, klar, natürlich. Ja, ja, das ist sehr klar. Ciao! Bis gleich! Ciao! Hallöchen, René! So. Uh, ich bin jetzt tatsächlich nach... ... ... ... ... 100 Jahren mal wieder. Okay, da oben ist Khan. Ich dachte schon, der wendet sich jetzt vor meine Augen. Das wäre natürlich ein bisschen sehr frech gewesen. So, lass die Laubleiter raus. Ist eigentlich eine coole Challenge von Khan, muss ich ehrlich gestehen. Weil, so können wir nur miteinander kommunizieren. Oh nein, 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 nein. So, jetzt mach ich mal... Oh, aber die Imposter haben nicht so ne Lust heute, glaub ich, ne? Ich muss denn eigentlich, hier hab ich gar nix zu tun. Hey, äh, was sollen das jetzt hier? Ja, hallo, 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 hallo. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn. Tada! Okay, auf jeden Fall ist alles... Meine ganzen Tasks sind noch bei Electrical. Jetzt geh ich mal von aus. Entweder Orange oder Lime. Orange oder Lime ist es. Oh. Langsame Kills. Ja. Also langsame Imposter. Bis, also, äh... Also. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob, äh, Danja gefunden wurde oder, ähm, Laura. Aber auf jeden Fall... Ich glaube, Laura. Weil René hat dich zuletzt mit Danja gesehen. Ja. Ich weiß nicht, hast du das auch gesehen? Nee, hab ich... Ich hab, äh, Danja lange nicht gesehen. Ich hab Danja... Also, äh, ich weiß nicht... Oben bei Mad Bay, beim Gang da. Okay. Also, René hab ich zuletzt mit Danja gesehen. Hm. Ich war halt, äh, am Anfang relativ mit dir und gegen Ende war ich mit dir. Du hast, glaub ich, deine Simon Says Aufgabe gemacht. Ja, genau, richtig. Da waren ja auch alle ein bisschen. Kahn ein bisschen safe. Ich würd dich tatsächlich jetzt auch mal saven, aber... Ich weiß halt nicht, wo Danja ist. Electrical, okay, electrical. Äh... Ja, das könnte passen. Obwohl, nein, ich hab die bei Mad Bay zuletzt gesehen, aber... Aber, Kahn, ich glaub mit... Ja, ich weiß nicht, ist schwierig. Also, dich würd ich ausschließen. Ich würde... Wer war noch am Anfang mit uns, Kahn? Äh... Das war Grau, ne? Ich glaube, das war Laura. Ich glaube, das war auch Laura. Oder war das... Ich glaub, Zitrone war das. Ich glaube, immer noch René ist das. Ich glaub auch, René. Aber ich schreib jetzt lieber nicht rein. Nein, nein, nicht schreiben, weil sonst... Nee, nee, ich schreib jetzt nicht rein, ich skippe. Ich schreib nur, dass ich skippe. Ja gut, dann skippen wir auch alle, Claudio. Ja, okay, dann sag ich nicht, okay. Einfach nicht schreiben, einfach nicht schreiben. Okay. Wem votest du, okay? Dann sag ich nichts. Kahn, okay. Nein, 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 nein. Nein, 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 ich sag nichts. Genau, würd ich auch sagen. Ja, super. So, damit meine Polymer nicht erspielt. Okay. Kahn, wenn ich weg bin, dann rächt mich an René. Ja, gut. Gut, ich hab einfach absolut random gerade gevotet. Ich hab gar keine Ahnung, ob es René ist, aber gut. Ich muss halt alle maximal verwirren, immer noch. Ist immer noch nicht vorbei. Ich hab ja gerade gedacht, dass die Impostors so ein bisschen defensiver spielen, aber scheinbar ja auch nicht wirklich, weil zwei Leute ist ja für den Anfang gar nicht so wenig. So, aber wir sind jetzt immerhin auch mit unseren Aufgaben fast fertig. Das bedeutet, dass wir jetzt noch eine Aufgabe in Electrical machen müssen. Oh, René ist da, René ist da. Das ist jetzt gefährlich. So, jetzt schauen wir mal. Ah, okay. Hat er nichts gemacht. So, jetzt schauen wir mal. Entweder Orange oder Lime. Ja, bei René muss ich jetzt erstmal kurz hier. Okay. Kahn, ich glaub, du hast recht. Ja, ich weiß es nicht, aber es ist auch auf jeden Fall entweder Orange oder Lime, weil die beiden, die Türen sind immer zugegangen bei den beiden, wenn ich mit denen war. Kahn, René ist Mad Bay. Siehst du, du weißt, wo René ist? René ist Security. Warum ist Kahn, Sass? Warte mal, René ist Security. Warte mal, äh. Ich will nicht schreiben, wo René ist, weil das mache ich in Sass, aber René, ich bin mir sicher, wenn René noch in Security, wenn er sagt Security, dann ist es René. Weil ich sag dir, wie das war. Guck mal, ich bin nach oben gelaufen. René ist abgebogen. Security. Also ich glaube, einer von denen ist es, aber ich weiß nicht wer. Ich glaube, ich glaube, äh, Isabel, weil die, also ich werde ja schon das zweite Mal gesuszt von ihr. Sollen wir dann Isabel? Ja. Also, okay. Also ich muss, ich muss sagen Lime, sorry. Aber hör mal zu, Kahn. Ich sag das ja nicht Lime, sorry. Ja, René, René hat geschrieben, ja Claudio, aber was Security? Nein, Lime ist nicht safe. Also, also entweder sind es die beiden. Ja, guck mal, äh, nee, nee, du hast recht, Kahn. Orange, safe doch Lime, du hast recht. Also entweder sind es die beiden, oder, äh. Aber, kurz, warum? Kurze Frage. Was, warum? Also die Türen gingen zu, ja. Also, äh, letzte Runde war es auch schon so, dass die Tür dann zu ging. Ich glaube aber, dass es nur einer ist, weil, ähm, dann wäre der andere ja erwischt, weißt du? Ja. Ach, schau mal, die haben auch beide nicht gewotet. Ja. Ja, okay, ich glaube, wir haben es. Ich glaube, Orange ist, äh, noch. Also, ich versuch mal, ich, komm mal zu mir, komm, bleib mal bei mir. Ja, okay, 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 okay. So, ich bleib bei Kahn, weil er hat recht, weil, guck mal, wenn ich ihn jetzt alleine lasse, dann, komm. Weil, wenn ich ihn jetzt alleine lasse, dann glaube ich, passiert was. So, mach mal, mach mal deine Task. So. Kahn, wo bist du? Kahn. Hier. Keine Angst. Wo? Wo ist er hin? Ich seh den nicht. Nein, nein, oh. Ja, Kahn, du hast recht. Es ist Orange. Es ist Orange. Guck mal, er macht jetzt sogar Teil, äh, Emergency Call, weil es knapp wird. Sorry, aber Kahn. Save Orange, ja. Er macht keine Task. Hä? Okay, das gleiche Spiel wie gerade. Die beiden entschuldigen sich gegenseitig. Ähm, aber was Bubble schreibt, stimmt natürlich. Also, du kannst mich ja saven. Ja, hundertprozentig. Ja, Orange ist das. Ja, vor allem, wie auch gegen dich schießt. Ja, es tut mir leid. Also, die Gurke spielt sonst eigentlich immer ziemlich gut, aber ihr seid, äh, äh, direkt auf mich drauf gegangen. Ja, nee, sorry. Also, deswegen muss ich sagen, es ist Orange. Vor allem, Kahn, die Lights gehen aus und du bist ja nicht, äh, also, du, äh, wir haben uns verloren, das heißt, du bist zu hundertprozentig Crewmate, weil wenn die Lights aus sind, du weißt ja, du bist mir nie hinterher gefolgt. Deshalb kann ich dich ausschließen. Ja, ich glaube auch, dass es Orange ist. Ja. Wenn ich das Video sehe und es ist Kahn, ne? Nein, also, wenn es, äh, Orange ist, dann kann es natürlich René immer noch sein. Ja, wie gesagt, bei René, äh, das mit Security macht mich stutzig, ne? Weil er meinte einfach, ja, ich war Security. Ja, und guck, wer hat dich gewonnen? Ja, wir haben gewonnen. Starker. Oh nein. Ja, ey, ich wusste es. Ich wusste es. Nein, ey, wenn es Claudio ist, ne, kriege ich zu viel. Ich halte mich lieber fern von Claudio. Geh schnell die Lichter an. Ich bin schon hier. Wenn es wirklich Claudio ist, ne? Kani! Was? Was? Kani! Oh mein Gott, was? 200 die Kuh, oder? Krass! Okay, ab, wir gehen rüber. Ja, es waren Claudio und Grün. Ey, ich sag das echt selten, aber das war eine heftige Runde von Claudio. Ja, danke, das stimmt. Ey, alle waren zust, bis auf die beiden. In der letzten Runde, okay, musste ich Claudio zusten, aber dass ihr das doch geschafft habt, ne? Weil ich dachte, safe, dass es Leim und Orange ist, weil zweimal sind die Türen zugegangen, wo ich mit denen zusammen war. Ja, also beide haben richtig reingehauen. Ja, danke. Ich hab auch, bei Zitrone hatte ich am Anfang so ein bisschen gesust, aber das war auch dann eher Zufall, aber bei Claudio hätte ich auch never gedacht, weil ihr wart ja auch die ganze Zeit zusammen. Ja, Claudio, das war schon ziemlich gut, muss ich sagen, doch. Danke. Also es tut mir leid, Leim und Gurke, aber ihr wart halt zust, sorry. Krass, das war mal echt gut. Das war echt gut. Ja, danke. Vor allem, René, du hast ja nicht gehört, was ich gesagt habe. Ich hab gesagt, wenn jetzt René sagt, dass das Security ist, weil ich hab jemanden mit MadBare eliminiert, ich hab dann gesagt, wenn... Ja, aber darf ich ehrlich sein, in der ersten Runde hab ich René einfach random gesust. Ja, hab ich mir schon gedacht, dass du das warst. Aber, äh, ich hab dich bei MadBare zum Beispiel auch gar nicht gesehen, das heißt, da wäre ich niemals drauf gekommen. Ich bin auch bei Electrical rausgegangen. Ja, okay, ja, dann hätte ich dich auch gar nicht sehen können, genau. Nee. Ja, es tut mir so leid, vor allem, ich hab Kahn's. Aber es war richtig gut gespielt. Doch, ich muss schon sagen, also ich sag das echt selten, aber das hast du jetzt... Ja, danke. Da hast du es mal ausgenutzt, dass du nur mit mir warst. Das stimmt. So, Daniel, wir beide gleich in Channel 1. Yo. Okay, René, dann gehen wir in 2, okay? Ganz genau. So, gut, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Und wir sind wieder Crewmate. Und das sogar auf der neuen Karte. Da gehen wir jetzt erstmal hier hin, wenn jetzt ein Stack-Kill kommt. Aber geht's ja, glaube ich, gar nicht so schnell nach dem Start. Aber das würde sich auf jeden Fall gut dafür anbieten, wenn hier, ich glaube, wirklich fast alle auf einem Haufen sind. Aber wir machen erstmal weiter hier und gehen jetzt hier das Labyrinth entlang. Eigentlich muss ich auch zu Leids laufen, weil sicherlich die Leids ausgehen jetzt. Ich finde, das ist die Kuh zur Aufgabe hier. Ich weiß nicht wieso, aber extrem beruhigend. Und jetzt ist die Frage, gehen wir unten lang? Ja. Ich habe zwar eigentlich echt keine Lust drauf, da unten diesen Weg hinlang zu gehen. Aber dann bin ich jetzt hier zu zweit mit Isabel. Aber ich glaube, die wird jetzt hier erstmal nichts machen, wenn die Imposterin ist. Hey, Riri. Oh, haut's jetzt einfach ab? Hast du Angst vor mir, Riri? Wir haben doch schon so viele Runden am Mommas miteinander mit dir. Hallo, René. Bitte töte mich nicht. Danke. Langsame Kills sind eigentlich ein Anzeichen für Danja. Ja, das tut mir leid, dass ich das hier zu sage, aber... Riri left the house, okay. Nein, 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 tu's nicht. Riri tu's nicht, Riri tu's nicht. René ist mir entgegenlaufen. Warte, ich bleib mal mit Kanye. Ja, grün ist tot. In the weapons. Ja, jetzt kann ich dir leider auch nicht so viel erzählen, Claudio. Oh, hi. Danja, musst du in den Sturm. Oh, nein. Ich muss mich nicht in den Sturm. Oh, nein. Ich bin tot. Ich kann dir nichts erzählen. Waren wir da nicht gerade alle zusammen noch unterwegs? Ja, Claudio ist auch an der Leiche vorbeigegangen, aber ich glaube nicht, dass es Claudio ist. Okay. Ich glaube, Isabel war noch dabei, falls ich mich jetzt gerade nicht vertue. Also, Lime. Also, da waren auf jeden Fall ein paar mit mir. Wäre sich ein bisschen sass. Am Anfang war rot und auch gelb, weil rot ist runtergegangen und wir mussten alle oben die Task machen. Und dann ist er nach oben gegangen und hat die Task auch gemacht. Okay. Also, rot ist mir seit Anfang an ein bisschen sass. Okay. Wo warst du denn? Ich war am Ende bei Weapons und habe dann meine Aufgabe gemacht. Kann ich jemand bestätigen? Ähm, ja, ich würde ja, also jetzt bei Weapons war ich alleine, aber genau, zwei andere haben mich gesaved. Ja, also ich war mit Claudio. Claudio, safe. Also, der ist zwar an der Leiche vorbeigelaufen, aber ich kenne ja Claudio, der macht das öfters. Ja, also, saven würde ich deswegen noch nicht, aber muss auf jeden Fall nichts heißen. Zumindest für diese Runde war er bei Lifeline bei mir. Das würde mich schon sehr wundern. Das heißt dann, also ich weiß jetzt noch nicht, ob ich jemanden voten würde, aber dann können wir schon viele Leute rausnehmen, oder? Okay, also Lost können wir, glaube ich, noch nicht rausnehmen und vielleicht gelb nicht. Ja, es gibt erst mal. Ja, es gibt noch zu viele. Ja. Ich habe jetzt mal rot gewählt trotzdem, einfach zu gucken, ob ich der Einzige bin. Aber gut, ich bin der Einzige. Ich bin schon zufrieden, wenn ich kein Random Vote abbekomme. Okay, wie gesagt, ich glaube immer noch, dass es... Okay, meine PS5 ist ja auch wieder da, schön. So, und weiter geht's. Hier ist Isabelle. Die offensichtlich gerade auch Müll rausbringt. Hoffe ich mal. Weil wenn die das nicht getan hat, dann ist sie Impostorin. Ich glaube, die ist jetzt auch zu mir gekommen. Isabelle, mach nichts Falsches. Ey, wie lange das hier immer dauert. Vielleicht mache ich das auch falsch, keine Ahnung. Aber offensichtlich, Isabelle war ja gerade hier mit mir zu zweit, ich glaube. Dann kann ich die auch eher rausnehmen. So, das Ding haben wir jetzt auch ganz gut mit Wasser befüllt. Und dann müssen wir noch... Ich schaue hier einmal nach. Hier ist auch eine beliebte Stelle, wo Leute gerne mal erwischt werden. Gerade hier natürlich. Okay, also ich war mit... Ich kann... Grau und Gelb sind safe. Okay. Je nachdem, wo die Person gefunden wurde, was ja gleich... Genau, Isabelle hat es auch schon geschrieben. Ich wollte gerade sagen, Isabelle kann nicht safen. Die war mit mir, die hätte mich auch sehr gut erwischen können. Okay. Guck, Rot kann immer noch nicht gesaved werden. Ja, tatsächlich, ne? Blau und Rot. Gehen wir noch einmal die anderen Leute durch. Wer sonst? Okay, Claudio schreibt... Braun, du bist von da gekommen. Ja gut, Claudio geht jetzt direkt wieder mit. Also kann natürlich auch sein, dass... Ja, ich glaube aber, ich glaube, Rot und Gelb ist es. Gelb hat mich jetzt zwar nicht erwischt, weil die ganze Zeit grau mit mir war. Aber in der ersten Runde, wie gesagt, war Gelb und Rot, die waren ein bisschen sass, weil die sind direkt nach unten gelaufen. Ja, oder... Ja gut, und Braun offensichtlich ja auch. Also ich glaube nicht, dass es zum Beispiel Rot und Braun sind, weil das wäre natürlich jetzt schon eher unglücklich. Ich bleibe bei Rot. Ich bleibe bei meinem ersten Eindruck. Ich sage Rot. Ja, Isabelle scheint auch auf... Aber ich schreibe jetzt nicht Rot, weil sonst wollten alle Rot. Ja, ich würde erst mal auf Rot gehen und danach, wenn jetzt keine anderen Erkenntnisse kommen, auf Braun oder Gelb. Und Claudio würde ich auch immer noch so ein bisschen im Auge behalten. Ich gehe davon aus, dass der eine Impostor mich gewählt hat und der andere Impostor halt Rot mitgewählt hat, um keinen Eindruck zu erwecken. Wir können ja leider nicht sehen, ob er jetzt Impostor ist oder nicht. Genau, ja. Aber gut, warten wir mal ab. So, ich bleibe mal bei René. Oder bei Claudio. Ich bleibe bei Claudio. Ganz ehrlich, ich gehe leid. Ich weiß. Ich weiß, dass Khan safe ist und bei dem Rest weiß ich es leider nicht, aber ich bleibe hier. Ich bleibe Leitfühl fixen. Ich bin mir halt nur sicher, dass Khan es nicht ist. Ja. Gelb. Okay. Ich habe es gesehen. Alles klar. Gelb. Ich habe es auf den Cam gesehen. Gelb. Ja, gelb ist es. War leider nicht so klug, weil man konnte es noch auf den Cam sehen. Ja, genau. Ich habe es auch direkt gesehen. War ein bisschen riskant gespielt, weil das ja so relativ zentral war. Aber dann passiert das dann schnell, dass man mal die Person sieht. Genau. Und ich glaube mit Rot. Ja, hier. Ich war durcheinander. Ja, es war Rot. Weil am Anfang haben sie sich direkt schon Sass gemacht, wo sie runtergelaufen sind. Und nicht oben geguckt haben, ob es eine Aufgabe gibt. Weil das war halt schon sehr auffällig. Ja, ich glaube, es müsste jetzt vorbei sein. Ja. Ja. Und es war Rot. Und es war Rot. Ja, sehr gut. Hallo. 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 Ja, darf ich was sagen? Ja, bitte. Ja, du darfst was sagen. Ich habe Rot und Gelb tatsächlich am Anfang schon direkt gesuszt. Wisst ihr wieso? Warte mal, hast du schon einen neuen Server? Mache ich jetzt gerade. Ah, okay. Wie erzähl. Ich habe das René auch direkt in der ersten Runde gesagt. Die beiden sind direkt runtergelaufen. Die sind direkt vom Dropship runtergelaufen. Gelb ist einfach stehen geblieben. Rot ist kurz noch mit nach oben gekommen, weil alle die Aufgabe gemacht haben. Und da war für mich schon klar, okay, die beiden müssen das eigentlich sein. Und dann war es auch so. Ja. Es ist, äh... Aber warum warst du denn grün? Ja, das weiß ich auch nicht. Das hat es automatisch so. Und ich habe es nicht mehr geschafft, das zu ändern. Schön. Okay. Danja, das heißt, wir gehen wieder in einen Server? Yes. Letzte Runde können wir wieder gemeinsam spielen, aber ist ja noch nicht. Yes, yes. Gut, dann gehen wir mal in eins, ne? Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Hin und her und her und her und hin. Hallo, René. Hallo. Stimmt, mit dir war ich doch gar nicht am Quatschen. Ne, stimmt, ne? Cro-Mate, Cro-Mate. Oh, wir haben dieselbe, wir haben das selbe aufwittern. Das ist gut. So, Lightspear fixen. Das passiert aber nichts. Das passiert aber nichts. Ah, siehst du? Siehst du, Claudius, klug. Ja, Leute. Der Baumraum. Oh. Hör mal. So, das geht auch auf. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Ich wusste es einfach. Ich wusste es einfach. Eins, zwei, drei. Weil er schon direkt die Aufgabe gemacht hat, also mit den Electricals, es war klar, dass er es sein muss. Da, schaut. Oh, Con ist, oh, und Braun jetzt auch. Boah, ich bekomme gerade so Chips-Kopfschmerzen. Kennt das außer mir noch jemand? Also, ich habe keinen Chips gegessen, aber wenn ich mich Chips gegessen habe, zieht es hier so. Und so hinten im Rachen. Ich kann das gar nicht beschreiben. Oh, zwei Leute wurden schon erwischt. Ja. Also. Braun wurde eliminiert, als Danja und Lime neben mir waren. Bitte? Braun wurde eliminiert, als Danja und Lime neben mir waren. Äh, wie meinst du das, war das dann ein Stack-Kill, oder? Nein, nein, das siehst du an Lifelines. Achso, ah, okay. Das bedeutet, dass du Danja und wen noch, würdest du die dann sassen deswegen, oder? Ein save, ein save. Ich würde die auf jeden Fall save. Ach, die waren neben dir. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Genau. Okay, okay, okay. Ähm. Ich kann hellgrün, also wenn das gerade passiert ist, kann ich hellgrün auch ganz gut, also Lime ganz gut saven. Ja, Lime ist auf jeden Fall safe, äh, Danja auch. Links, Mitte, was, äh, links, Mitte. Wobei, das war auch gerade ganz komisch, ich war ganz unten bei, äh, bei Communication, ne, bei Weapons, das ist ja so eine kleine Büchse, da hab ich dann meine Task gemacht, da kam Lime rein und die Türen gingen zu, aber Lime hat dann, äh, nichts gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann, ähm, vielleicht Verwirrungstaktik vom, vom Imposter war. Wobei, vielleicht hat Lime einfach nur ein paar Sekunden noch gebraucht für den Kill-Cooldown. Ich skippe aber, René, aber hab im, äh, hab im Kopf, dass Lime und Danja safe sind eigentlich. Hab das im Kopf. Okay. Falls ich weg bin, hab das im Kopf. Oh, zumindest hat eine Person Claudio gewählt. Das ist gut. Claudio, es erwischt dich noch, keine Sorge. Nein, nein. Es wird dich noch erwischen. Nein. Ja, doch. René, du musst dich stimmen, bevor du was sagst. So, weiter geht's. Und zwar hier entlang. Ja, ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass es Lime ist, weil, dann hätte mich Lime gerade auch ganz gut schon erwischen können. Wir fangen, fangen jetzt erstmal hier weiter an mit den Aufgaben. Ich glaube, ich muss tatsächlich Riri jetzt eliminieren, weil, Riri ist eben hier halt auch dicht auf den Spuren. Oder dicht auf der Spur. No two's in viele. Ein Lab ist auch einer. Lass mich mal abbeziehen. Ich will nur meine Tasks machen und dann will ich, äh, vielleicht noch einen leckeren Donut essen oder so. So, ist nichts passiert. So. So, und die Aufgaben sind auch schon gleich alle fertig. Zumindest sieht das für mich danach aus. Oh, oh, okay. Das wird jetzt... Was? Was? Wieso? Dein, dein... Was? Nee! Nee! Was passiert hier? Was passiert hier? Schade, René. Es tut mir leid. Da muss ich erst noch das Wort empfinden, was ich dazu sage. Dass du das mit deinem Gewissen vereinbaren kannst. Ja. Aber Lime ist nicht dein Imposter-Kollege, oder? Ja, okay. Klare Sache. Also, war schön, dich gekannt zu haben. Ich spiele jetzt auch nicht mehr mit dir. Tschüss. Ich spiele natürlich jetzt. Guck mal, es hast gar nicht blau. Es hast gar nicht blau. Oh, Danja, bitte siehe es. Bitte siehe es. Bitte, bitte, bitte. Ich glaube an dich. Ich darf hier keinen Tipp geben. Oh, nein. Danja, nein. Anna, ich bin es halt wirklich nicht. Okay, Anna. Das war ein bisschen zu offensichtlich. Ich finde es halt wirklich nicht. So, ich wollte jetzt einfach Riri in der Hoffnung, dass die Leute mitziehen. Und ja, das Problem ist jetzt, ich darf ja nicht klar schreiben, wen ich wähle. Jawohl, Riri ist raus. Das ist doch schon mal gut. René. Aber ich muss jetzt mich bei meinem Kind. Ich hoffe, die Taste ist fertig. Nein, da gibt es doch keinen. Tut mir leid, nein. Es ist ein Spiel. Nein, das ist kein Spiel. Doch. Nein. Das ist jetzt einfach... Ui. Okay, gehen wir rüber? Wir können direkt rüber gehen, ja, gehen wir rüber. Claudio. Tschadimari. Ey. Gut, dass du mich auch in der ersten Runde umgebracht hast, weil ich hätte dich auf jeden Fall gevotet. Ich weiß, ich weiß, weil ich zurückgelaufen bin. Nein, nicht deswegen. Nein, nein. Sondern du bist direkt zu Electrical gegangen, dann ging das Licht aus, du hast es direkt angemacht. Das ist einfach zu sass. Aber nee, das mache ich immer dran. Nein, nein. Das war zu sass. Du hast auch extra geschrien. Oh, Claudio ist klug, Claudio. Ich habe schon in die Kamera gesagt, dass ich denke, dass du es bist. Ja, toll, aber das mache ich immer, ne? Das darfst du nicht vergessen. Ja, nein, äh. Nee, nee, ich mache das immer. Selbst wenn ich... Nein, Claudio, nein. Ja, tut mir leid. Hör auf. Hör auf. Ich habe immer gesagt, es war mir zu offensichtlich, wie sehr Claudio es gesenkt hat. Ja, ich dachte, du gehst jetzt auf Claudio. Ja, ich habe tatsächlich geskippt in der Runde. Also nicht absichtlich geskippt. Ich wollte eigentlich Anna voten. Weil dieses, ich weiß es wirklich nicht. Dania, kommst du rein? Ach so, ja. Ja, tu ich. Okay, vorletzte Runde, danach letzte Runde und dann machen wir wieder gemeinsam. Okay. Dania, mit wem möchtest du denn jetzt? Mit René oder Claudio? Ich möchte mit Claudio nochmal in den Voice-Chat. Es ist aber egal, weil ich habe mit beiden dich gesprochen, weil ich immer gestorben bin. Das stimmt. Okay, dann gehen wir René in zwei. Alles klar. Bubble ist auch da, kenne ich ja auch. Bis gleich. Komm schon. Ja. Mit? Ja, ja. Wir sind es also. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir das am besten? Okay, René, komm schon. Hier sind zu viele Leute. Hier kann ich auf jeden Fall jetzt nicht eine Person erwischen. Nee, das wäre zu auffällig. Wenn ich jetzt hier Leim erwische. Hier sind einfach zu viele Leute. Hier sind jetzt. Nee, 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 nee. Das wäre zu auffällig. So, da lag Claudio. Der wurde also schon von Khan erwischt. Boah, das war knapp. Das war sehr knapp. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier unten noch jemand hockt, den ich dann erwischen kann. Nee, scheinbar nicht. Hier ist auch niemand. Hier ist auch niemand. Stecken die denn das an? Oh, wer war das wohl? Oh, wer war das denn? Ey, René, aber René, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ja, deswegen ist, ich konnte leider gerade keinen erwischen, weil das immer Grüppchenbildung bei mir war. Ich war da zwischendurch unten links. Lass uns mal gleich, ähm, lass uns mal gleich, ähm, bei Gelegenheiten Doppelkill, ne? Ja, am besten bei Electrical, da machen wir die Türen zu. Hm. Okay, ich schreibe erst mal nichts. Ich musste Claudio erwischen. Einfach aus Revanche. Ja, das ist aber auch ganz gut, dass die sich dann drüben schon mal nicht absprechen können. Ja, weil ich hätte eigentlich, ich finde, bei der Karte ist unten links immer eine super Gelegenheit, da jemanden zu erwischen bei dem Baum, aber da waren dann leider drei Leute auf einem Haufen. Deswegen ging das leider nicht. Also, lass uns mal gleich zu Electrical die Türen zumachen und dann gucken wir mal. Hm. Und dann wenden wir uns da raus beide. Okay, willst du vielleicht, oh, eigentlich muss einer schreiben Skip. Ja, kann ich machen. Schreib mal Skip? Fragezeichen. Okay, du wirst gerade auch gesaved. Ist gut. Mhm. Okay. Gut, ich würde sagen, also wie gesagt, bei Electrical am besten Gurke und, ähm, Anna. Weil die sind echt gut, wenn die da sind. Okay, ich skippe auch. Genau, ist dann so ein bisschen eine Glückssache, aber du würdest ja wahrscheinlich nicht, ähm, Electrical auslösen, oder? Weil dann sind da wahrscheinlich ja zu viele Leute. Genau, nein, nein, wir würden vielleicht Reaktor auslösen und dann unten vanden. Genau, ja. Aber ich mach das alles, ich mach das alles. Okay, ja, dann bleib ich einfach ein bisschen in der Nähe. Ja, ja. Okay, das sieht schon mal gut. Okay, dann gehen wir jetzt mal so wie besprochen zu Electrical. Jetzt müssen wir eh noch ein bisschen warten, bis der Kill-Cooldown abgelaufen ist. Ich guck jetzt einfach mal hier, ob hier jemand ist. Das ist dann aber gleich soweit. Hier ist jetzt gerade noch niemand. Es ist keiner da, René, es ist keiner da. Okay, das hat schon mal gut funktioniert und ich glaube, dass jemand hoffentlich da hergelaufen. Soll ich jetzt mal hier unten entlang? Wäre natürlich super, wenn ich jetzt jemanden treffe, der mich saven kann. Nein, nein, nein. Hab mich dann ja nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob Danja mich gesehen hat. Schauen wir mal. Wir hatten ja echt Glück gehabt gerade bei dem Double Kill, weil, hast du das gesehen? Ja. Das war, glaube ich, Hotte Gurke, aber ich glaube, die hat nichts gesehen. Mit der war ich gerade auch zusammen unterwegs, deswegen... Okay, ich dachte schon, die sass dich jetzt. Okay, also ich... Boah, Danja sagt gerade nichts, das macht mir ein bisschen Angst. Also ich würde sagen, äh... Das Gute ist ja schon mal... Ah, okay, sie schreibt, sie kann niemanden saven, aber sass gerade auch niemanden. Hm. Das Ding ist aber, es wird ja gerade auch keiner wirklich verdächtig, deswegen können wir jetzt nie, nicht so gut, glaube ich, jemanden rausvoten. Okay, Gurke, safet mich. Gurke, falls du das siehst, tut mir auf jeden Fall leid, dass ich dich jetzt gerade so ein bisschen ausnutze. Sollen wir, sollen wir Gurke, sollen wir vielleicht, ähm... Wen sollen wir voten? Also Gurke, da würde, glaube ich, niemand anderes voten, weil ich Gurke ja gerade gesaved habe. Sollen wir dann Danja vielleicht? Ja, ich würde, glaube ich, tatsächlich sagen, wenn wir das Glück haben und jemand anderes auch dafür votet, ja. Aber ich schreibe nichts. Nein. Wenn jetzt keiner skippt, René, ist natürlich ein bisschen komisch. Ah, schade. Okay, gut. Lass uns nochmal, lass einfach normal versuchen, weil bei Electrical hat das gerade nicht geklappt. Nee, genau. War keiner da. Okay, wir, oh, wir müssen uns jetzt auch schon so ein bisschen beeilen. Denn die Aufgaben sind auch schon gleich relativ gut fertig. Uiuiui. Das wäre natürlich jetzt mies, wenn wir das aufgrund der Zeit nicht schaffen. Aber wir haben uns, oder ich habe mir vor allem auch leider ein bisschen Zeit gelassen. Das muss ich zugeben. Okay, hier sind definitiv jetzt zu viele Leute. Ja, da müsste ich einfach... Ich kann mir jetzt eigentlich nie vorstellen, dass Khan vorhat da jetzt irgendwie einen Kill zu machen oder so. Lass doch Double Kill machen. Nein, genau. Das wäre auch ein bisschen blöd. Okay, hier auch kein Double Kill, weil dann... Okay, wir gehen auf dann, ja. Ja, ja, natürlich. So, René kann... Das würde mich jetzt mal interessieren, was hier jetzt so ist, war. Oh Mann. Aber gut, dass du mitgezogen bist. Dann ja, du musst echt... Du musst echt an den Argumenten arbeiten, Dann ja. Ja, was soll ich denn machen? Nein, ey, die glauben dann ja. Das kann man nicht sagen. Ey, wenn die jetzt dann ja glauben. Schreib was. Ey, wenn die uns jetzt voten, ne? Das Problem ist, wenn die jetzt alle auf dich gehen, aber die sehen nicht, ob du es bist. Nein, die sehen es nicht. Oh je, okay, Merle ist auf Danias Seite. Oh, also die müssen nicht rein auf ihr... Ach nein, das kann doch nicht sein. Wie soll ich alleine Double Kill machen? Ja! 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 Wir haben gewonnen! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott, war das dreckig. Ey, René, richtig gut. Okay, wir gehen rüber, ne? Ja. Ich glaube, die kommt hier nicht mehr rein. Also das habt ihr gerade nicht gewonnen, weil ihr das... Das heißt, du hast... Oh, du hast ja gar nicht den Double Kill gemacht. Du hast das gar nicht. Ach so. Mensch! Ja klar, ich mache alleine einen Double Kill. Schade, Daniel. Vor allem, wie ihr auch so komplett auffällig auf mich gegangen seid. Ja gut, aber einer hat uns es abgekauft auf jeden Fall. Jetzt bin ich gerade echt traurig. Ja, zumindest habe ich Claudio ganz am Anfang erwischt. Hast du mich nicht wenden sehen eigentlich Dania? Doch. Nee, ich habe aber auch keine Brille auf. Ich sehe gerade überhaupt gar nichts. Okay, letzte Runde. Ja. Let's go, keine Runde. Ja. Da können wir gerne hierbleiben. Okay. Das war auch perfekt, dass wir mit René in einem Raum waren. Konnten uns nach Hause immer schön absprechen. Ich habe gerade auch die ganze Zeit so gedacht, Mann, Claudio einfach direkt am Anfang wieder Polen. Du hast es aber angekündigt. Niemand, mit dem ich reden kann. Nur eine Frage kam. Was hast du am Anfang da oben gewollt? Bei dem Alarm. Bei dem Alarm. Ja, weil ich wollte halt, ich habe eigentlich gehofft, dass da jemand ist und ich vanten kann. Und dann ist auch, Ketchup ist dann glaube ich gekommen, hier gelb. Ja. Und dann konnte ich da killen und vanten und danach irgendwann, ja genau. Starte die Runde. Achso, okay. Ja, eigentlich schon. Aber es war okay. Starte die Runde. Bis gleich. So, ich gehe jetzt lights prefixen. Ich weiß, Kahn gefällt das nicht und den anderen gefällt das auch nicht, aber ist mir egal. Hier schaut alle, ich gehe da lights prefixen, ist mir egal. Der Ast, was macht der da? Ketchup und der Ast. Ja, was macht denn der Ast? Hä? Minus 29 Grad ist schon kalt, ne? Muss man schon mal so sagen. Ist schon frisch. In der Skala ist das eher winterlich. Nächste Aufgabe oder Aufgaben warten hier. Da kommt Riri uns entgegen, aber scheinbar hat Riri jetzt... Ah, schon wieder Claudio. Toll. So. Okay, also... Der Ast hat reportet. Die Camps sind... äh, ganz links, ne? Ganz links? Ja, das ist ja Security, richtig? Dann ist... Ich glaube, dann ist Kahn eigentlich safe. Dann kann ich auf jeden Fall auch dich safen. Also ich bin safe, ich war bei Labor. Und Daniel, die habe ich da ja auch gesehen, Richtung Specimen. Und ich habe Riri auch bei Specimen gesehen. Ich frage mal, ob... äh... Wer kann denn, ähm... Blau kann... Blau kann... Jetzt haben sich so viele Leute gesaged. Ja, okay. Also zwei haben sich... Also ich glaube, ich gehe eher davon aus, dass, äh, Blau und... Blau und, äh, Braun sich saven. Blau war bei mir. Genau, die safen sich gerade und ansonsten safen sich... äh, wir drei und Pauline und Riri. Okay, Pauline und Riri passen eigentlich auch. Das heißt, entweder ist es orange, braun oder blau. Genau, und orange wird auch von Pauline gesichert. Ja, also ich würde auch blau oder braun sagen. Ich glaube, safe. Safe? Ich glaube, aber ja. Mal schauen. Ich skippe erst mal. Du könntest ja erst am Ende erfahren. Genau. Ui, okay. Oh, das war knapp. Weiter geht's. Okay, die Imposter sind auf jeden Fall, haben geskippt schon mal. Okay. Äh, die habe ich halt nicht gesehen. Sonst habe ich alle anderen gesehen. Ketchup kann ich jetzt auch nicht zu 100% saven, auch wenn der uns gesaved hat. Oder sie. Das sind alle hier eigentlich. Okay, Anna glaube ich nicht, dass das ist. Ich kümmere mich hier um wichtige Sachen. Das ist vielleicht ja ein Notfall, aber Hauptsache das Wasser ist aufgefüllt. Hauptsache der Wasserspender ist aufgefüllt. So, jetzt kann ich gucken gehen. Jetzt habe ich die Tasche fertig. Und dann kann ich die Tasche nicht sehen. Sieht nicht aus, ist schlecht. Ich möchte ja gerne gucken. Raus aus dem Stack. Daniel, bitte bleib bei mir. Also Ketchup kann es halt auch noch sein. Weil ich so gesaved wurde. Und ich weiß nicht, ob ich Ketchup gesehen habe die ganze Zeit im Labor. Okay, René hat es erwischt. René, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich die ganze Zeit nicht gesehen. Hm. Hm, okay. Specimen. Daniel, wo? Äh, Specimen. Ähm, okay. Also in diesem Laborbereich dort. Hm. Ich bin fertig mit meinen Tars und habe gedacht, ich gucke jetzt einfach mal ein bisschen rum. Hm. Aber es war niemand mehr dort. Also es kann auch ein super alter Kill sein. Und ich kann niemanden dafür saven. Ich kann niemanden dafür saven. Ich habe noch eine gemacht. Ach so, okay. Also ich skippe. Ja. Also mal gucken, ähm, welche zwei Imposter jetzt wählen. Ob die zwei Imposter jetzt jemanden wählen. Okay, die Imposter. Ja gut. Das sind nicht nur einige, sondern viele wahrscheinlich. Häu. Ähm. Hm. 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 Ja, genau, Pink und Ketchup und ich. Ja, ich glaube immer noch, das sind, ähm, es ist blau und, ähm, blau und braun. Leim oder braun? Ich glaube, boah. Also, safe sind Danja, orange und pink. Ja. Ja, blau, Leim und braun sind Sass für diesen Kill. Ich glaube, braun und blau. Wollen wir vielleicht mal braun rauswoten? Wehe? Wir sind sieben, braun. Ich würde blau erstmal sagen. Blau? Was wäre schon doof, wenn blau dann direkt dort self-reportet? Ja, aber ich glaube, blau hatte ein bisschen Angst wegen, ähm, Task. Meinst du? Guck, braun ist jetzt rausgegangen. Und braun ist gelieft. Also, kann sein, dass es braun war oder vielleicht die Internetverbindung. Okay, warten wir mal ab. Ja, es war blau und braun. Sehr gut. Ei, 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 ei. Sehr gut. Ja, ich glaube, äh, 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 Claudio, kann es sein, dass das direkt ein Safe-Report bei dir war? Ja. Ja, okay, gut. Und beide standen da. Weil das war, dann hatten wir in der ersten Runde ja eigentlich schon fast recht. Ja, du hattest recht. Leute, das war die Among Us-Runde mit euch, XXL, heute mit einer kleinen Challenge mal wieder, dass wir nur mit einer Person reden durften. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ja, oder eben gar nicht reden durften. Ja, weil dann ja zumindest es, ich glaube, so, äh, ich glaube, so wenig wie heute hast du noch nie gesprochen, oder? Nee, ich habe halt monologisiert oder halt gar nicht gesprochen. Also entweder war ich ja tot oder mein Teamkollege war tot. Du hattest deinen Spaß auf jeden Fall. Ich habe immer meinen Spaß. Okay, Leute, schaut auch bei René und Claudio vorbei. Müsst ihr aber nicht. Tschüss. Ciao.